Ich bin auf dem Weg in ein Hochinzidenzgebiet. Ich fliege nach Albanien. In diesem Video werde ich dir über meine Erfahrungen berichten, wie es funktioniert im Ausland einen PCR-Test zu machen oder Antigentest, weil ohne den darfst du gar nicht in den Flieger einsteigen und kommst gar nicht zurück. Als erstes freue ich mich jetzt, dass ich in Albanien mal endlich zum Friseur gehen kann, weil hier in Deutschland sind sie ja nach wie vor alle geschlossen. Servus, ich bin Albert Siegel, der Billigflieger. Ich bin selbst mal gespannt, was mich auf dieser Reise erwartet. Eins kann ich euch schon jetzt sagen, das Zugticket hierher nach Nemmingen, das war teurer wie mein Flugticket mit Gepäck nach Albanien. Da ich diesmal relativ viel Gepäck dabei habe, habe ich mir einen Vis-Ergo-Tarif gebucht mit 20 Kilo Gepäck und einer Sitzplatzreservierung. Als Sitzplatz habe ich den Sitzplatz 14C gebucht. Das ist der Platz hinter den beiden Notausgangsreihen. Wie ihr auf dem Foto seht, sind beide Reihen noch komplett leer. Ich bin mal gespannt, ob ich mit meinem Konzept, da habe ich ein eigenes Video drüber gedreht, mir wieder ein kostenloses Upgrade auf diese Notausgangssitze ergattern kann. Meine Reise ging los in einem komplett leeren Waggon der Nordwestbahn. Also Waggon meine ich komplett leerer Waggon, nicht ein einzelnes Abteil. Dort habe ich eine Broschüre der Nordwestbahn gefunden, dass das Robert-Koch-Institut bestätigt, Bahnfahren in Corona-Zeiten ist sicher. Wenn jetzt Bahnfahren sicher ist, warum ist dann Reisen und Fliegen unsicher? Also das verstehe ich dann nicht, warum unsere Regierung Bahnfahren sagt. Das RKI-Institut Bahnfahren ist sicher, aber Fliegen ist unsicher. Bei der Gepäckabgabe wirst du dann gleich darauf hingewiesen, no mask, no fly. Was mir dann aufgefallen ist, hier in dieser Raucherkabine, da stehen vier Leute ohne Maske, obwohl offiziell nur zwei Personen zugelassen sind. Hat also keine Sau dort interessiert. Ich bin dann wieder wie üblich als allerletzter ins Flugzeug. Das Konzept habe ich in meinem eigenen Video oben beschrieben, den Link findest du oben links. Auch wenn es diesmal komplett anders ausgegangen ist. Ich habe diesmal die erste Reihe bekommen als Upgrade, weil die Stewardess das Boarding so schnell wie möglich abschließen wollte. Die wollte nicht, dass ich bis hintern auf Reihe 14 gehe. Was ich dann auch bei diesen Corona-Regeln nicht verstehe. Jeder muss Maske tragen während des gesamten Fluges. Aber dann fangen die mit dem Catering an. Und dann darf sich die Hälfte des Fliegers, also jeder der sich was zu essen oder trinken bestellt, so wie ich, darf sich die Maske runterreißen. Und dann haben wir plötzlich wieder kein Corona. Also für mich ein bisschen unverständlich, je mehr der ist. Aber vielleicht liegt es an diesen Düsen. Es wird ja behauptet, dass die Luft innerhalb von drei Minuten immer komplett umwalzen und dadurch das Fliegen so sicher gemacht wird und die Viren gar keine Chance haben. Wenn du die Chance hast, setz dich auf die linke Seite des Flugzeugs, also die Sätze A, B und C, weil dann hast du beim Landeanflug eine herrliche Sicht auf Albanien, auf die Albaner Berge, auf die verschiedenen Seen. Du hast einen herrlichen Blick auf die kilometerlangen Sandstrände. Also kein Unterschied zu Kroatien oder den Flughafen angekommen, kannst du dann entweder mit dem Taxi nach Tirana reinfahren, sollte maximal 15 Euro die Fahrt kosten, am Preis vorher ausmachen, wenn es mehr wie 15 Euro sind, lehne es ab. Ansonsten gibt es hinten links dann auch noch den Busbahnhof. Da kannst du dann für knapp 2 Euro pro Person ins Zentrum von Tirana fahren. Eine meiner ersten Tätigkeiten hier in Albanien war, dass ich zum Friseur gegangen bin. Das ist mein Stammfriseur hier. Zu dem gehe ich regelmäßig. Und unglaublich, das kostet hier, waschen, schneiden, Föhne 2,50 Euro. Das ist also unglaublich. Und das Gel gibt es dann oben drauf noch gratis mit dazu. Wenn ich da auf die Preisliste schaue, die zeige ich dir gleich. Selbst der Frauenhaarschnitt, das teuerste, was ich hier finde, ist, ja, umgerechnet knapp 4 Euro. Also Albanien zum Friseur gehen, gut und unglaublich billig. Hä, was macht er jetzt? Das sieht auch noch lustig aus. Keine Ahnung, was das ist. Also ich kann mit dem leider kaum sprechen. Wir, ja, da halten uns hier immer mit den Händen und Füßen, aber er war es gut, natürlich, mag ich nicht. Also das teuerste hier ist tatsächlich 300 Lack. Das sind umgerechnet 2,50 Euro. Also unglaublich. Mit frischem Haarschnitt melde ich mich jetzt hier mal von einem der vielen, vielen langen Sandstrände, die du hier an der albanischen Adria findest. Du hast hier kilometerlange Sandstrände in verschiedensten Orten. In Sarande, in Voja, in Lecce, in Willipoja. Ich glaube, mehr als 15 verschiedene Städte mit kilometerlangen Sandstränden. Kilometerweite Sandstrände. So weit das Auge reicht. Und an so einem herrlichen Frühlingstag siehst du hier keinen Menschen. Du hast wirklich keine Möglichkeit, dich hier am Strand anzustecken, weil du findest gar keinen. Ich will dir mal kurz meine Version des Hochinzidenzgebietes Albanien näher bringen. Weil für mich ist das ja erstmal ein Wert, der im Prinzip ja auf mich gar nicht zutreffen muss. Das heißt, dass mehr als 200 Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner positiv getestet wurden. Aber du musst doch jetzt erstmal die Menschen treffen. Hier an den kilometerlangen Sandstränden, da kannst du stundenlang spazieren gehen und triffst im Moment keine Sau. Die Hotels sind leer. Restaurants, ja gut, die sind normal gefüllt, die haben offen. Aber wenn du deine Abstandsregeln einhältst, im Supermarkt mit der FFP2-Maske gehst, was soll denn dann mehr passieren, als dir in Deutschland in der S-Bahn passieren kann? Aber ich lasse mich dadurch nicht abschrecken, auch wenn es schwerer gemacht wird. Du musst halt jetzt den PCR-Test vor der Rückreise machen, auch wenn du auf Geschäftsreise bist. Was die Einreise betrifft, hat Albanien seit Ausbruch der Corona-Krise im Übrigen noch nie einen PCR-Test oder Antigen-Test bei der Einreise verlangt und auch noch nie jemanden in Quarantäne geschickt. Gut, das führt dann schon alles dazu, dass es einen hohen Inzidenzwert gibt, aber dafür ist hier alles offen. Du kannst dich frei bewegen, es gibt nachts eine Ausgangssperre, aber ansonsten ist es hier extrem offen, das Land. Aus meiner Sicht kannst du hier deinen Sommerurlaub planen. Die Flüge sind günstig, bis er fängt an ab Hamburg, Karlsruhe, Baden-Baden zu fliegen, fliegt nach wie vor ab Dortmund, Berlin, Memmingen und so weiter. Also schau da einfach mal auf der Wissair-Seite nach, welche Termine da für dich passen und buch deinen Flug. Heute habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich. Du kannst mein E-Book, der Billigflieger, kostenlos bestellen. In diesem Buch habe ich auf knapp 100 Seiten mein bestes Wissen zusammengefasst. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einchecken? Wann ist der beste Zeitpunkt, um ins Flugzeug einzusteigen? In Deutschland starten im Moment 24 verschiedene Fluggesellschaften von 27 verschiedenen Flughäfen. Da sind Fluggesellschaften dabei, die hast du in deinem ganzen Leben noch nie gehört. Dazu findest du eine Tabelle in meinem Buch, damit du von deinen nächstgelegenen Flughäfen sehen kannst, wer fliegt denn da. Wie gesagt, Fluggesellschaften, die hast du in deinem Leben teilweise noch gar nicht gehört. Und viele, viele weitere Tipps. Im Moment auch ein eigenes Kapitel zum Thema Corona und Reisen, damit auch du siehst, welche Ausnahmen es gibt. Den Link dazu findest du unten. Einfach einen Screenshot machen, dass du meinen Kanal abonniert hast. Das Bild hochladen und du kriegst sofort vollkommen kostenlos mein neuestes E-Book. Und so sieht es in fast allen Restaurants in Albanien aus. Du hast keinerlei Probleme, die Abstandsregeln einzuhalten. Und ein Teller Spaghetti oder Pasta mit Muscheln kostet hier umgerechnet 4 Euro. Also wahnsinnig günstig. Das Bild hochladen und du kriegst weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.